Das hier sind die neuen Apple AirPods für satte 180 Euro und das hier sind Panasonic In-Ear Kopfhörer für nur 8 Euro. Wir wollten wissen, welche von diesen beiden Kopfhörer den besseren Klang haben. Der Vergleich klingt jetzt erstmal ein bisschen unfair, aber vielleicht kann uns Apple ja überraschen. Das Ganze lief so ab. Wir haben eine kleine Straßenumfrage gemacht, wo zufällige Leute erstmal eine Minute lang Musik mit den Panasonics gehört haben und danach nochmal die gleiche Musik eine Minute lang mit den Apple Kopfhörern gehört haben. Danach haben wir sie gefragt, was ihnen denn vom Klanglichen besser gefällt und zum Schluss haben wir ihnen auch noch den Preis verraten. Als erstes bekommen Sie jetzt erstmal die mit Kabel, die Kopfhörer. Einfach mal rein machen. Das ist rechts, das ist links. Die tiefe Ohrkappe. Okay, super. So, und jetzt kommt der fliegende Wechsel. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ist das was Neues? Das ist was Neues. Und zwar? Ihr Eindruck, welche einfach vom Bauchgefühl, welche haben Ihnen vom Klang besser gefallen? Schwierig. Also ich würde sagen, sie sind ziemlich gleich. Also wenn ich jetzt einfach die anhälte und irgendjemand nimmt mir einfach die Kopfhörer raus und immer formel die rein, würde ich einfach keinen Unterschied erkennen eigentlich. Die ersten haben mir sehr gut gefallen. Auch. Und die zweiten waren, naja, war schon gut, weil es eben Bluetooth geht. Hätten Sie gedacht, dass die Qualität schlechter wird dadurch, dass es kabellos ist? Hätte ich ja nicht erwartet, ja. Aber die sind genauso gut. Der ist dumpfer. Der ist also nicht schlecht, auf gar keinen Fall, aber das ist dumpfer. So, jetzt vom ersten Bauchgefühl. Welche haben dir vom Klang besser gefallen? Die Teile. Die Teile. Ich finde also bei den ohne Kabeln hast du, also ist vielleicht ein bisschen klarer der Sound, aber ich finde auch trotzdem mit Kabel finde ich schon auch besser, weil es war ein bisschen wärmer, angenehmer auch vom Klang. Die waren ein bisschen zu klar, fand ich. Also ich fand das hier schöner, wärmer, angenehmer einfach auf dem Klang. Also klangtechnisch meiner Meinung nach nehmen sie nicht viel, aber vom Tragekommen vorher sind die anderen wesentlich angenehmer. Die mit Kabel hier? Die mit Kabel, aber nicht jetzt wegen dem Kabel oder dass kein Kabel dran ist, sondern einfach weil das Plastik schon hart ist und das ist jetzt vor allem bei dem Wind, wo es jetzt gerade geht, total unangenehm. Was würdest du lieber nehmen jetzt von den beiden? Lieber nehmen, also wenn du dich entscheiden müsstest, tatsächlich gesehen würde ich die da nehmen, weil die sind, finde ich auch, also finde ich komfortabler, weil bei denen hätte ich eh ja auch, dass ich die auf einmal verlieren auf einmal. Also vom Preis her, die liegen bei 8 Euro und die liegen bei 180 Euro. Ach, zur Liebe Zeit. Unerwartet. Das wär mal zu teuer. Das wär's mal nicht wert. Definitiv wär's mal das nicht wert. Also 180 Euro, das ist so knackig. Die kosten hier 8 Euro. Ja. Und die kosten 180 Euro. Gerechtfertigt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. 180 Euro für den Schrott. Würdest du so viel Geld ausgeben für die Klankwerke, nicht? Nee. 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 Lohnt sich nicht? Nee. Echt nicht. Verlierst du. Verlierst du? Ja. Okay. Also die kosten 8 Euro. Okay. Und die kosten 180 Euro. So teuer sind die. So teuer sind die gar nicht. Es lohnt sich absolut nicht, dass ich sage, ich gebe 180 Euro dafür aus, dass ich im Endeffekt den gleichen Klang habe. Okay. Und wie gesagt, von Prag gekommen vorher sind die wesentlich angenehmer. Okay. Perfekt. Super. Danke dir, ja. Insgesamt gesehen kann man also sagen, dass die Apple AirPods für 180 Euro auf einem klanglichen Niveau von 8 Euro Kopfhörern sind. Uns würde jetzt natürlich noch eure Meinung zu diesem Ergebnis sehr stark interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ansonsten war's das von uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschau. Was hier unten sind die Antennen? Die sehen sehr spacig aus. Aha.